Grüß euch, ich bin die Manuela und es wundert euch jetzt sicher, warum die Landjugend Taghögel schäumt tut. Was haben Sie denn dabei gedacht? Wir sind am besten Weg, dass man auch den Querwedeinsport bei uns wieder in die Höhe bringt. Das sind hier Feuerwehrautos, die sie hier in Österreich haben und wie die Albaner noch träumen davon. Vielen Dank.